Hallo, mein Name ist Sven Decker, ich bin Sportphysiotherapeut und Gründer von HappyFit. Die Idee von HappyFit entstand 2002, als ich Staatsmeister geworden bin bei der Napa Fitness Class. Dieses Jahr, zehn Jahre später, werde ich noch einmal starten, alles geben, auch für meine Kunden. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr mich die nächsten acht Wochen auf YouTube, Facebook und auf der Homepage begleitet. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis dann, euer Sven. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.